Geisterfahrer-Alarm auf Autobahn. Frau fährt vier Kilometer in die falsche Richtung. Eine 69-Jährige ist als Geisterfahrerin unterwegs. Überwachungskameras zeichnen zahlreiche beinahe Unfälle auf. Immer wieder müssen Autofahrer auf der Überholspur scharf abbremsen. Die Polizei berichtet von zahlreichen Notrufen. Die Aufnahmen hat die spanische Polizei veröffentlicht. Die Beamten weisen auf die große Gefahr hin. Die Frau wird identifiziert und angeklagt. Warum sie auf die falsche Fahrbahn geraten ist, ist unklar. Ein Unfall ist an diesem Tag nicht passiert. Doch drohen der betagten Fahrerin bis zu zwei Jahre Gefängnis und bis zu sechs Jahre Führerscheinentzug. Darüber hinaus soll ein Psychologe klären, ob die Fahrerlaubnis der Dame für immer entzogen werden kann.